Wenn ein Tag wie eine Stunde ist Konnte es etwas Schöneres geben, als dicht gedrängt um die silberne Laterne im Zelt der kleinen Dame zu sitzen und heiße Schokolade zu trinken? Nein, gewiss nicht. Endlich konnte Lilly der kleinen Dame all die Fragen stellen, die sie beschäftigten, seit sie das erste Türchen geöffnet hatte. Wie funktioniert der Kalender? Ich meine, sind wir wirklich hier oder träumen wir das nur? Und warum bist du nicht einfach zu uns ins Brezelhaus gekommen? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Ei, ei, ei. So viele Fragen auf einmal, da fühle ich mich ganz zentrifugiert. Die kleine Dame blickte zu Finn, der sich neben den Ofen gesetzt hatte. Ich glaube, wir müssen erst ihre Neugier stillen, bevor du ihnen erzählen kannst, welche Entdeckung du und Fee gemacht habt. Einverstanden, nickte Finn, aber vergiss nicht, die Zeit drängt. Die kleine Dame blickte über den Rand ihrer Tasse zu Lilly und Karlchen. Zu der ersten Frage, wie der Adventskalender funkiert. Nun, was braucht ihr, wenn ihr verreisen möchtet? Die Bärenmädchen zuckten die Schultern. Einen Fahrschein und ein Gefährt, das euch von A nach B bringt. Wo ist A und wo ist B? quietschte Karlchen dazwischen, aber Lilly stieß sie in die Seite, damit sie leise war. Es ist ganz einfach, fuhr die kleine Dame fort. Jedes Türchen des Adventskalenders ist eine Fahrkarte und die Rutsche ist das Gefährt. Meinst du die Schneckenrutsche? fragte Lilly. Die kleine Dame machte ein überraschtes Gesicht. War sie euch etwa zu langsam? Nein, sagte Lilly. Quatsch, Karlchen schüttelte den Kopf. Die kleine Dame stand auf und ließ Chaka in das Oberteil ihres Schirms schlüpfen. Nun zu der zweiten Frage, Lilly. Ob du träumst oder wirklich hier bist, ich werde jetzt die Augen schließen. Die kleine Dame schloss die Augen. Und meinen Schirm aufspannen. Die kleine Dame spannte ihren Schirm auf. Und hast du nicht gesehen? Verschmoll sie von den Sohlen ihrer feinen Schnürstiefel bis zu ihrem Tropenhelm mit der hellen Zeltplane, vor der sie stand. Die kleine Dame knifft die Augen immer noch fest zu. Glaubst du wirklich, ich könnte im Traum mit geschlossenen Augen chameleonisieren? Nein, dies war kein Traum. So schön konnte nur die wirkliche kleine Dame chameleonisieren. Aber eine Sache kam Lilly trotzdem komisch vor. Wieso lag ich dann im Bett bei uns im Brezelhaus, als Mama mich gestern geweckt hat? Und die schönen Schneesachen hatte ich auch nicht mehr an. Die kleine Dame klappte den Schirm zusammen. Wer von A nach B fährt, will auch von B nach A fahren. Und für diesen Fall ist eure Kinderzimmertür der Rückfahrschein. Karlchen zog die Stirn graus. Unsere Kinderzimmertür? Die kleine Dame nickte. Sobald eure Eltern die Tür berühren, fahrt ihr schwupps nach Haus und lasst alles zurück, was ins Reich der Taner gehört. Was heißt schwupps? fragte Karlchen. Wir sind schon den ganzen Tag hier. Gold richtig, sagte die kleine Dame. Aber Mama und Papa lassen uns nie den ganzen Tag schlafen, widersprach Lilly, nicht mal in den Ferien. Oh, habe ich das nicht gesagt? Das Brezelhaus liegt glücklicherweise in einer anderen Zeitzone, erklärte die kleine Dame. Ein ganzer Tag im Land der Taner ist wie eine Stunde im Brezelhaus. Auf Lillys Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Eine Brezelhausstunde war ein ganzer Tag an der Taner. Das bedeutete ja, dass sie bis Weihnachten jeden Tag zur kleinen Dame ins Winterland reisen konnten. Lilly hatte ihren wunderbaren Gedanken noch nicht ausgesprochen, als der Prinz der Rotfüchse sich räusperte. Seine grünen Fuchsaugen leuchteten. Willst du nicht auch eine Antwort auf deine dritte Frage? Lilly blinzelte Fragen zu Karlchen. Ihre dritte Frage? Die hatte sie glatt vergessen. Du wolltest wissen, weshalb die kleine Dame euch ins Reich der Taner geholt hat, erinnerte Finn sie. Vielleicht, um auf Salafari zu gehen, sagte Lilly. Finn schüttelte den Kopf. Um Polazisch zu lernen, tippte Karlchen. Wieder verneinte der Rotfuchs. Seine Stimme senkte sich zu einem Flüstern. Ihr dürft es niemandem verraten. Niemandem. Versprochen, nickte Lilly. Großes Karlchen, Ehrenwort, versicherte Karlchen. Finn beugte sich näher zu ihnen. Der Weihnachtsstern ist verschwunden. Und wir brauchen eure Hilfe, um ihn zu finden.